Herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video. Ja, es geht Schlag auf Schlag weiter. Wir sind das gewohnt, jeden Abend so um 11, 12 Uhr oder vielleicht ein bisschen früher kommen neue Sachen raus. Das einmal im Monat, ey, das ist echt die geilste Zeit. Die geilste Zeit des Monats. Und schaut euch das mal an, ihr könnt es hier schon alle erkennen, die neuen Errungenschaften. Dann eben gerade bekannt geworden, dass die Liga-Bonis, das heißt, wenn wir in einer Gold-Liga sind zum Beispiel und da jemanden besiegen, bekommen wir einen höheren Bonus als vorher. Wie hoch? Da gibt es noch überhaupt keine Informationen dazu. Dazu haben sie nur geschrieben, ja, ein dunkles Geheimnis. Da gehen wir gleich drauf ein. Außerdem seht ihr hier schon den Magierturm. Wir fangen jetzt hier erstmal mit den Errungenschaften an. Die stelle ich euch erstmal kurz vor. Das ist einmal der sogenannte Firefighter. In Deutsch weiß ich nicht, wie sie ihn dann nennen werden. Da geht es darum, die Inferno-Türme zu zerstören. Und dafür gibt es dann natürlich auch wieder drei Level. Einmal einen Stern, zwei Stern, drei Stern. Um drei Sterne zu bekommen, muss man dann 5000 von den Inferno-Towers zerstört haben. In Multiplayer-Spielen nennen. Und dafür bekommen wir dann ganze 1000 Games, was wirklich richtig fett ist. Beim Leech All-Star ist es einfach so, dass man eine bestimmte Liga erreichen muss. Und um eben Stufe 3, beziehungsweise den dritten Stern zu bekommen, eben die Champions-Liga bekommt. Dafür sage und schreibe 2000 Games. Finde ich richtig fett. Ja, und dann gibt es hier noch das X-Bow Extreme Exterminator. X-Terminator, den X-Bow Exterminator. Und da geht es eben darum, ja, X-Bows zu zerstören. Und dort braucht man, wie ihr lesen könnt, um auf Stufe 3, beziehungsweise Stern 3 oder den dritten Stern zu bekommen. Ja, 2500 X-Bows muss man da zerstören in einem Multiplayer-Kampf. Und da gibt es dann 200 Games für. So, dann wurde eben gerade bekannt, wie ich das schon gesagt habe, dass in den verschiedenen Ligen die Bonis erhöht werden. Dazu wurde geschrieben, dass es außerdem ein dunkles Geheimnis gibt. Möglicherweise könnte das der Magier-Turm sein, den wir da im Hintergrund erkennen. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Aber wir erkennen hier auch nur die Goldene. Dann die Lila-League, die Champions-League, ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf, Goldene, ich weiß gar nicht, wie du auf Deutsch hast. Lila-League, wie auch immer, ihr könnt es ja selber erkennen. Dann die Champions-League und natürlich die Master-League, beziehungsweise andere Reihenfolge, Master-League und dann die Champions-League. Ja, und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich bin mal gespannt, wie sehr und wie viel und ob wir vielleicht ab einem niedrigeren Level schon dunkles Leaks hier bekommen und wie das Ganze dann im Endeffekt aussieht. Mehr Informationen gibt es dazu noch nicht. Und dieses dunkle Geheimnis, ich gehe mal schwer davon aus, ihr seht jetzt hier das Bild, ich habe da jetzt mal das Rot umrahmt, das kann man da im Hintergrund ganz gut erkennen. Da sehen wir einen Magier-Turm, einen Magier-Turm und das ist garantiert ein neuer Magier-Turm. Manche haben jetzt geschrieben, Magier-Turm für dunkles Elixier oder dunkler Magier-Turm, fälliger Schwachsinn. Ich gehe mal schwer davon aus, das ist der Magier-Turm Stufe 8. So, und dann habe ich hier die paar Stats rausgeguckt und da sehen wir das wunderbar. Ich habe jetzt mal nachgeschaut und gehe mal davon aus, 7-8 Millionen Kosten, 13 Tage Ausbauzeit, 49 Schaden, Trefferpunkte 880 und Rathaus Stufe 10. Fett sieht das Ding auf jeden Fall aus und bin mir eigentlich wirklich sicher, dass es Rathaus Stufe 10 ist und deswegen frage ich jetzt einfach mal, das habe ich die letzte Folge übrigens ganz vergessen, ja, was findet ihr besser, dass die Liga-Bonis erhöht werden oder dass wir neue IT-Finds bekommen? Ich habe da meinen ganz großen Favoriten und das ist der Magier-Turm 8. Aber da der noch nicht ganz bestätigt ist, habe ich den jetzt hier nicht mit reingenommen. Und ja, natürlich gibt es immer die Möglichkeit, mir auf Twitter zu folgen, das könnt ihr auch gerne machen. Und ansonsten, ja, neues Video, sobald ich mehr weiß, ich freue mich riesig auf diesen Magier-Turm und auf diese Liga-Bonis. Schreibt mir eure Meinung unten rein, ich freue mich und wie gesagt, sobald ich mehr weiß, kommt ein neues Video. Macht's gut!